Hi! Ich bin hier gerade im Fichtelgebirge unterwegs und heute setze ich einen Wandertipp von euch um, denn unter unserem letzten Video haben ganz viele den Vorschlag kommentiert, dass wir uns unbedingt mal die Tour vom Felsenlabyrinth zur Kisteine anschauen sollten. Und das machen wir heute und euch viel Spaß dabei! Schön hier! Megaschön! Und ihr habt doch reingestellt. Na dann, auf geht's! Zuallererst zeige ich euch aber, wo wir hier wohnen. Wir haben nämlich diesmal ein ganzes Häuschen zur Verfügung gestellt. Gehen wir mal rein. Hier kommen wir dann auch gleich schon in die Küche. Essbereich. Hermine ist bereits angeschwürt und macht schön warm. Eine Runde durchs Wohnzimmer und dann geht es direkt in die Schlafwurm rein. Ab nach unten. Hier unten gibt es drei Schlafzimmer. Einmal hier mit einem Stockbett. Und ich finde, es sieht super gemütlich aus. Aber wir sind trotzdem noch nicht am Ende. Wir haben nämlich sogar eine eigene kleine Sauna. Und einen Hotpot. Da springen wir später auf jeden Fall noch rein. Hinter der Kamera ist natürlich auch Felix mit dabei. Servus! Also ich glaube, hier können wir es den ganzen Tag aushalten. Ich auch. Aber das geht leider nicht. Wir haben nämlich noch viel vor. Wir wollen jetzt nämlich zuerst zum Felsenlabyrinth und dann noch zur Küsseine hochwandern. Hier am Felsenlabyrinth ist auch die Freilichtbühne und da dürfen wir heute mal einen exklusiven Blick hinter die Kulissen lernen. Ich gehe direkt auf die Bühne hoch. Meine Show. Ich sitze hier gerade schon auf einem der besten Plätze, denn aus diesen Reihen soll man den schönsten Überblick über die Bühne haben. Denn ihr müsst euch vorstellen, das Stück spielt nicht nur da unten, sondern auch auf all diesen Plattformen, die da oben im Fels so zu sehen sind. Und das ist auch eine der ältesten Freilichtbühnen in Deutschland. Bereits seit dem 16. Jahrhundert werden hier Stücke aufgeführt. Und dieses Jahr startet es die Saison mit den Trollen. Und dann geht es über den gesamten Sommer hinweg beinahe jeden Tag mit einer Aufführung weiter. Und da müsst ihr zum Teil echt früh sein, denn die Plätze sind in der Regel recht schnell ausgebucht. Wir möchten bitte einmal durchs Felsenlabyrinth durch. Wie schön das hier aussieht. Wir sind mitten schon zwischen diesen Felsbrocken unterwegs. Jetzt geht es hier steil nach oben. Da oben sogar über eine Treffelina. Und im Hintergrund hat man richtig schön die Vöglein zwitschern. Hier kommt jetzt eine Art Höhle. Da müssen wir ein bisschen den Kopf einziehen. Wie so ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Ja, gefällt mir. Willkommen im Canyon. Der Herr am Eingang hat uns gesagt, wir sollen immer diesen blauen Pfeilen folgen. Und das lohnt sich auch. Wir kommen nämlich an allen Highlights vorbei. Und dadurch nehme ich euch jetzt mal mit. Das ist nämlich super eng. Und ganz ehrlich, mit Gegenverkehr wird es ja auch echt schwierig, oder? Uh, noch eine Höhle. Bisher habe ich es noch ohne Beule dadurch geschafft. Labyrinthende. Und all das, was hier steht, Burgstein, Haberstein und Kösseine, schauen wir uns jetzt auch noch an. Wir erklimmen jetzt den ersten Gipfel unseres heutigen Tages. Und zack, sind wir über den Bäumen. Aber wir sind ja noch gar nicht am Ziel. Wir sind zwar jetzt schon auf 869 Meter Höhe. Hier am Burgsteinfelsen. Das ist ein riesengroßer Granitbrocken. Und vom Eingang vom Felsenlabyrinth bis hierhin dauert es ungefähr eine Stunde. Und ihr seht das, wir werden hier schon mit einer genialen Aussicht belohnt. Ich bin gespannt, ob wir das noch toppen können. Rauf auf den nächsten Felsen. Zweites Zwischenziel. Check, großer Haberstein. Und da drüben ist schon der Gipfel der Kösseine zu sehen. Wenn ihr euch fragt, was es mit den kleinen Biotopen hier auf sich hat. Das sind die sogenannten Druidenschalen. Denn lange Zeit ging man davon aus, dass früher zu heidnischer Zeit hier in diesen Schalen Opfergaben dargebracht wurden. Allerdings ist auch hier die Begründung recht simpel und eher uninteressant. Das ist nämlich doch nur durch Verwitterung entstanden. Kurz vor dem Felsen, das sind noch knapp 300 Meter, hat man hier nochmal kurz die Möglichkeit, sich zu erfrischen. Dann müssen wir noch bis hoch kommen. Wir sind direkt auf den Turm durchgestartet, um in alle Richtungen gucken zu können. Wir haben hier wirklich ein richtig cooles 360-Grad-Panorama. Und da hinter mir starten wir direkt mit Blick auf den höchsten Berg im Pichtelgebirge. Da liegt der Schneeberg, der ist über 1000 Meter hoch. Und daneben können wir den Ochsenkopf auch sehr gut sehen. Dann können wir hier den Blick weiter Richtung Thüringer Wald und Rhön schweifen lassen. Und kommen da zum Bayerischen Wald. Da liegt auch der große Aber. Da werden wir bei unserem nächsten Video mal vorbeischauen. Und hier in diese Richtung geht es dann weiter Richtung Tschechien und Erzgebirge. Und wir kehren jetzt da unten in das Kösseinehaus ein. Da kann man nämlich auch überall machen. Riecht schon gut. Hallo, wir wollen mal bei euch reingucken. Das ist aber schön. Herzlich willkommen auch. Dankeschön. Also wir haben hier zum Beispiel, haben wir unser Vereinszimmer. Das ist nach die Originalausstattung so um 1900 rum. Es wurden nur die Tischplatten mehr erneuert. Ansonsten ist alles, Fußboden, alles nach Original. Nach Rostikart und Uhrig. Absolut. Absolut. Und das wurde hier später angebaut. Das ist das sogenannte Marktredwitzer-Zimmer. Aus dem Grund, weil der Blick nach Marktredwitz geht. Und lässt sich verbinden mit dem Wohnsiedlerzimmer. Weil Blick auf Wohnsiedl. Ja und jetzt wollen wir noch mal ein Beckenwitzzimmer werden. Aber sehr gern doch. Dann gehen wir mal Etage höher. Wir haben zwei Rettdoppelzimmer. Ein Dreibett, ein Vierbett und ein Zehmbitzzimmer. Das schaut gemütlich aus. Da kommt so ein bisschen Hüttenatmosphäre auf. Gucken wir, wie die Aussicht ist. Auch sehr schön. Weiter geht's nach Kleinwendern. Bis nach Kleinwendern wandern wir noch einmal gut eine Stunde. Der Abstecher dahin lohnt sich aber. Denn hier werden Haustierrassen, die vom Aussterben bedroht sind, gezüchtet und erhalten. Über 200 Tiere leben in dem sogenannten Alchedorf. Darunter Reichshühner, bayerische Landgänse und Coburger Fuchsschafe. Die durfte ich sogar füttern. Das ist nicht so groß. Hallo liebe Schafis. Und du willst das Größte. Na gut, du pflegst auch als erstes. Du bist bestimmt der Chef. Einkehrschwung. Ich hab jetzt doch ein bisschen Hunger. So, wir haben auf jeden Fall die Qual der Wahl, muss ich sagen. Es gibt richtig viel, was sich richtig gut anhört. Zum Beispiel gebeizter Rinderwippen. Oh, ich nehm die Wildreisbowl, glaube ich. Mit Tomate, Petersilie und Büffelmozzarella. Oh, das schockt ja lecker aus. Dankeschön. Guten Appetit wünsch ich. Danke. Dankeschön. Und danach, wenn das leer ist, geht's ins Badefass. So was möchte ich zu Hause bitte auch haben. Ich sag's euch, in Zukunft werde ich Wert darauf legen, dass jeder Tag so endet wie hier. Aber generell war es ja ein super schöner Ausflug mal wieder im Fichtelgebirge. Welche Orte sollten wir das nächste Mal unbedingt besuchen? Schreibt uns das gerne unten in die Kommentare hinein. Und ansonsten freue ich mich, wenn euch das Video gefallen hat. Zeigt mir das gerne durch einen Daumen nach oben. Denkt an das Abo. Und dann habe ich noch ein paar Tipps für euch. Es gibt hier nämlich auch einen richtig coolen Wildpark. Da haben wir sogar mal Luchse gefüttert. Schaut gerne mal hier vorbei. Und hier haben wir noch eine weitere schöne Wanderung. Die führt zum Oberpfalzturm. Und jetzt freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.